Gebetet der heiligen Birgitta, neuntes Gebet, Christi Angstruf am Kreuz, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christi Angstruf am Kreuz, o Gott, du herrschende Kraft und Jubel des Gemütes, Gedenke der Qual und Bedrängnis, die du gelitten, als du im Herannahmen deines bittersten Todes und in unaussprechlicher Beraubung alles fühlbaren Trostes mit lauter Stimme ausriefest. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Durch diese Angst der scheinbaren Verlassenheit, womit du von der ewigen Verstoßenheit uns erlösest hast. Bitte ich dich, Herr, unser Gott, dass du in meinen Drangsalen mich niemals verlassen wollest. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria, der Jungfrau, zum Heile der Menschen gekreuzigt, nun im Himmel herrschend, erbarme dich unser.